Bundestag kritisiert Türkei Redner aller Fraktionen im Bundestag verurteilen die türkische Offensive auf kurdische Milizen in Syrien. Nur die SPD beschwichtigt, man müsse weiter auf die Diplomatie setzen. Abgeordnete aller Fraktionen haben im Bundestag deutliche Worte zur türkischen Militäroffensive in Nordsyrien gefunden. Scharfe Kritik gab es auch an der Zurückhaltung der Bundesregierung gegenüber der Türkei. Das türkische Vorgehen ist in keiner Weise angemessen und als völkerrechtswidrig zu bewerten, sagte der CDU-Außenpolitiker Roter Ichkiesewetter in der von der Linksfraktion beantragten aktuellen Stunde. Die Türkei habe hier eine zusätzliche Konfliktlinie geschaffen mit ganz erheblichem Konfliktpotenzial, sagte auch die SPD-Außenpolitikerin Dagmar Freitag. Eine Friedenslösung rücke damit in weitere Ferne. Auch Freitag stellte klar, das ist nicht mit dem Völkerrecht vereinbar. Linken-Partei-Chefin Katja Kipping warf der Bundesregierung vor, mit ihrem Schweigen zu dem türkischen Angriffskrieg einen Kniefall vor Präsident Recep Tayyip Erdogan zu machen. Dies gelte sowohl für Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch für Außenminister Sigmar Gabriel. Vertreter der Bundesregierung blieben der Bundestagsdebatte fern. Für Diskussionen sorgte, dass Abgeordnete der Linksfraktion aus Solidarität mit den Kurden, die laut Kipping ein Bollwerk gegen den islamischen Staat sind und für Gleichberechtigung von Männern und Frauen und für Religionsfreiheit eintreten würden, im Plenum mit Tüchern in den kurdischen Faden auftraten. Das Bundestagspräsidium verzichtete nach kurzer Beratung auf ein Einschreiten dagegen. Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki, FDP, bat die linken Politiker aber, die Tücher abzulegen, was sie auch taten. Der FDP-Politiker Bijen Yersaray warf der Türkei einen Kampf gegen die Kurden mit allen Mitteln vor. Deutschland sei verpflichtet, dies zu verurteilen. Auch er kritisierte, dass die Bundesregierung hierzu nicht Klagposition beziehe. Die von Gabriel ausgedrückte große Sorge sei ihm zu wenig. Die FDP forderte auch ein Ende der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Diese Forderung erhob auch der AfD-Politiker Rüdiger Lukasen. Er wandte sich auch ebenso wie Sprecher anderer Fraktionen gegen Rüstungsexporte an die Türkei. Mehrere Oppositionsredner forderten zudem einen Ausstieg der Bundeswehr aus der AWAKS-Aufklärungsmission der NATO von der Türkei aus. Wir erwarten, dass die Bundesregierung jegliche Rüstungsexporte in die Türkei untersagt, verlangte die grünen Politikerin Katja Kohl. Ein solcher Überfall ist ganz klar völkerrechtswidrig und wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie das auch Klaben nennt, forderte auch sie. Kohl verwies dabei auch auf den Einsatz von Deutschland gelieferter Panzer gegen die Kurden in Afrin. Vor allem von der SPD kamen allerdings auch Mahnungen, im Verhältnis zur Türkei weiterhin auch auf politische Gespräche zu setzen. Die Bundesregierung muss alle diplomatischen Mittel nutzen, um diesem Ermarsch so schnell wie möglich ein Ende zu setzen, verlangte der SPD-Politiker Christoph Matschi. Die Türkei hatte gemeinsam mit teils islamistischen Milizen am 21. Januar Afrin angegriffen. Sie bezeichnet die syrisch-kurdischen K-Kämpfer als Terroristen. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion.